Ja, moin und es geht nun weiter mit Mass Effect 2. Wir werden noch die letzten beiden Missionen machen. Dann wird das Spiel auch endlich ein Ende finden und nebenbei werde ich noch ein paar kleine Randmissionen machen. Nur damit das Spiel ein bisschen mehr Farbe kriegt. Naja, ist aber nicht ausschlaggebend, was das im dritten Teil betrifft. Ja, sobald das Spiel jetzt nun beendet ist, habe ich jetzt auch vor, dem dritten Teil auch noch zu machen. Und ich werde natürlich das so schaffen, wie ich es mir vorstelle, hoffentlich. Und ja, hoffentlich wird das auch gut gehen. So, wir müssen jetzt Overlord machen. Und zum Abschluss machen wir dann das mit den Battarianern, was uns Admiral Hackett aufgegeben hat. So, los geht's. Da ist Overlord, da fliegen wir mal hin und wir hoffen mal, dass wir es das schaffen. Kleine Info am Rande. Wenn ihr Overlord habt, müsst ihr dazu noch ein weiteres DLC runterladen, was kostenlos ist. Das nennt sich Firestorm und das funktioniert nicht ohne Overlord. Naja, eigentlich mehr umgedreht. Overlord funktioniert nicht ohne Firestorm. Aus dem Grund, da ist nämlich der Hammer dabei und der Hammer ist wichtig. So, wir nehmen mal Legion mit. Unser neues Mitglied in der Gesellschaft. Und, naja. Wir könnten auch unsere Quarianerin mitnehmen, Tali. Aber wir haben dann zwei Hacker in der Gruppe, also brauchen wir auch einen Kämpfer. Frontkämpfer bin ich ja allein. So, wenden und los. Auch das ist... Ich hoffe, es ist gut, dass wir ihn mitgenommen haben. Die guten Legion. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen... Ähm... Was wollte ich nochmal sagen? Ich glaube, das ist mir gerade entfallen. Ah, wird mir einfallen. Ich habe mich in einem Computerraum auf der anderen Seite der Basis eingeschlossen. Hier laufen geldfrei herum. Ein VE-Programm hat sich selbstständig gemacht, die Kontrolle übernommen und... Ich habe heute viele Freunde verloren. Ich will nicht, dass sie sich zu ihm gesellen. Seien Sie bloß vorsichtig. Na gut. Ich muss darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten abgegeben, dem diensthaften Sicherheitspersonal überstellt werden. Tut mir leid, aber im Moment ist keiner da, der jetzt Dienstamt ist. Nur so viel zum am Rande. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, dass wir Legion mitgenommen haben, weil das, was jetzt hier abgeht, das betrifft allein die Gas. Memo an das gesamte Personal des Projekts. Wie ich höre, gibt es Bedenken, was die Arbeit mit lebenden Geld angeht. Ich halte es ja auch für ein Risiko. Aber der mögliche Erfolg überwegt das Gebäude. Eines Tages werden es eben nie, dass wir noch unterrichtet. Oh mein Gott, was war das? Verdammt! Die VE hat die Steuerung übernommen. Wir müssen ihn aufhalten. Er will sein Programm hochladen und so den Planeten verlassen. Zerstören Sie die Antennen im Innern der Schüssel. Es gibt eine Bahn auf der unteren Ebene. Gehen Sie dorthin, so schnell Sie können. Okay, das heißt, wir müssen dort entlang und die VE aufhalten. Aber was ist das? Oh mein Gott. Es hört sich so verärgert an oder ängstlich. Es ist grausam, das zu hören. Ich hoffe, dass unser Gäst nicht austickt. Wir haben ihn dabei. Was? Aber... Es führt uns irgendwo hin. Ähm, okay. Irgendwas stimmt mit den Gästen hier gar nicht. Zur Kenntnis genommen. Oh mein Gott. Das ist meine Lieblingsmusik. Also. Ich hoffe mal, dass er eine gute Firewall hat. Wow. Das war krass. Du leuchtest zuckend. Seltsam. Ist alles in Ordnung bei dir? Muss ich mal gucken. Was hast du bei dir an? Ähm. Verbesserten KI-Hacken. Künstliche Intelligenz? Ich hoffe in ständig, dass das alles okay ist. Gut. Weiter. Weiter. Was ist denn los mit diesem Gäst? Die sind völlig ausgetickt. Und unten bleiben. Hm. Eine Munitionskiste. Okay. Weiter. Hoffentlich war das kein Fehler. Wow. Das war ein Fehler. Das war absoluter Mist. Okay. Okay. Wie ist der Schütten bei denen etwas stärker? Hm. Befehl erhalten. Formation wird geschlossen. Nun gut. Hm. Irgendwas ist gewaltig ausgetickt. Zweimal Medigil erhalten. Das gefällt mir nicht. Okay. Da müssen wir jetzt wohl hoch. Verdammt nochmal. Er richtet die Schüssel auf ein neues Ziel zum Hochladen aus. Dann hat er direkten Sichtkontakt mit unserem Satelliten. Oh. Das wird ziemlich eng. Ah. Schaut mal wie verbuggt das ist. Das ist ja scheiße. Was ist das? 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 Verdammter Mist! Wow. Wow. Okay, Freunde. Wir gehen weiter. Irgendwas scheint ziemlich sauer zu sein. Wir müssen das verhindern Okay Dann mal hier hoch Wo jetzt lang? Oh ne, sag mir, wir müssen da hin runter Wow Erstmal heilen Das hätte ich öfters mal machen sollen, anstatt mich so dämlich zu verhalten Okay Bitte öffnen Sesam öffne dich Und offen ist es, sehr gut Das gefällt mir hier jetzt auch weniger Offenes Feld, aber jede Menge Entdeckungsmöglichkeiten Na toll, ein von denen Hier ist noch einer Alter Legion, pass doch auf Ach, bestimmt ist sie Ja Alle Daten müssen vor dem Hochladen von ihrem Entteilungsleiter freigegeben werden Okay, scheinen alle jetzt gewesen zu sein Was? Noch nicht? Wow, von wo kam Dustin? Was ist denn? Oh Mann Ah, komm schon Das müsste sie ausbremsen Oh ne, ist Legion etwa hin? Dachte ich erst Oh fuck, dann habe ich ja umsonst Ist jetzt auch egal, ich habe eins verwendet Das ist jetzt, ähm, Latte die Hose Bestimmt finden wir irgendwo einen Medigilz-Spender Irgendwo hier Aber jetzt müssen wir erstmal die Satelliten abschalten Boah, salate Mund und im Kopf Okay, wohin? Ach, dass wir uns gegen den Unbekannten jetzt stellen Ist ja auch ganz lustig Sie müssen jetzt die Stützen zerstören Sie verfügen über eigene Kondensatoren Versuchen Sie es mit Sprengen Mit Sprengen Naja, okay, wenn er meint, das ist okay Schwere Waffen Okay, vorwärts Perfekt Okay, jetzt Untertitelung des ZDF, 2020